So, einen dreckigen zweiten neuen Part hier, Lightblocks, frisch eingeflogen aus Los Angeles und, ja, schau mal, ne? Ah ja, links, okay, ja, alles Schrott. So, jetzt schön auf Line, legt man eine Line hier, legt man eine ganz dreckige Line hier. Okay, werf denn auch da rein, du dreckige Sau. Noch zu geizig für 8 Euro, ne Paule, hier, halt ein schmutzfreier. Boah, nicht mal jetzt, Gönnte. Okay, okay, komm jetzt da rein. Schmutzfreier da wieder. Tja, was soll man sagen? Willst du machen? Musst du auf jeden Fall mal die Plätze offen halten, weil Passagiere da sind. Ja, und, ähm, man weiß nie, so, und jetzt aber, okay, komm jetzt, Assi. Ja, mach das, Alter. Ja, mach das, Alter. Ich gehe echt, ich mache einen Geisteswag. Ja, logisch machen wir das. Ich kenne ein paar dann diese ganzen Klapperstörchen hier. Ich kenne das nicht, und mein Körper, dann kann das nicht mehr alles aufnehmen. Sie Klapperstörchen, nicht kaputt. Ich kann normalerweise nur einen Zuschlag kriegen, denn ein Eckzuschlag. Ja, Mordorzuschlag heißt er. Das ist ein Mordorzuschlag. Das ist absolut ein Tricks. Eine Schmutzpille kann ich dir anbieten. Ist er da? Nein, nein, nein. Ich nehme doch nichts, Alter. Ich nehme nie Tabletten, egal, ob ich krank bin oder nicht. Ja, du hast, wie soll man sagen. Ich habe alle Krankheiten, habe ich überlebt. Du hast alles überstanden. Ich habe alles überstanden im Automatenmilieu, Schweinepest, was gab es da? Schweinegrippe, ich habe alles überstanden. Schweinegrippe, Hühnerpest, ne? Guck dir die Scheiße mal an, da siebt sein Sonnen, die alte dreckige Sau. Das war natürlich die Schlaf in die Genitalien. Ja, ich habe wirklich alles überlebt. Was gab es da nicht alles an den Automaten? Nein, ich habe es noch nicht gehabt. Ja, Gott sei Dank, du Arsch, ey. Ja, die sagt dann. Aber sollst du das wirklich alles überstanden? Ich habe wirklich alles überstanden. Und die ganzen Viren, diese Grippe, die hier, die hier, die Klapperstörchen. Ja, und Ebola ist natürlich auch nicht. Das hat nur der Kalski. Aber wenn wir da weiter an der Wüsterstraße rumholen, dann ist das durchaus möglich, dass der uns Ebola mal einträgt. Der, der aufbaut, Alter, ist eine wahre Pracht, ey. Das ist zum Arsch der Welt, wo die keine Sau gebrauchen kann. Also dreckige Sau. Ja, aber es hat auch alle deine Preußen-Abonnenten, muss man ja sagen. Kalski, ach, deswegen sage ich ja, manche Abonnenten, die köken sich das bestimmt an, die denken auch, Alter, was schreiben die da, Mann? So, der meint das vielleicht ernst, sucht der Palava oder so. Nein, Mann, das ist ein Kachfall. Mit Kalski ist immer Spaß, Leute, nur damit ihr ja Bescheid wisst. Okay, komm jetzt. Ist gut, rechts raus. Meine Fresse, ey. Ja, machen wir mal einen Pletsch, ey. Frischen? Naja, jetzt falle ich hier gleich noch vom Stuhl. Ja, ja, Standard. Aber viel Löcher, ne? Ne, die wissen Bescheid. Ja. Musst du sowieso nicht bezahlen, Alter. Ich habe gerade noch eine Pizza ausgegeben. Also langsam wird der Schmutzbesen hier ein bisschen... Oh, okay. Sonnen sind da. Oh, gut. Oh, Baby, komm. Komm, jetzt rollen ab. Jetzt direkt da rein, das wäre Bombe. Ein Säßchen. Guck mal, der macht, Alter. Guck mal, wo du den nicht brauchst. Das ist natürlich... Nein, das ist zwar in Ordnung, aber das Problem ist, der hat sich schon zu viele Schüsse geklaut. Ja, komm. Komm, Mitte oder rechts? Na, natürlich nicht. Jetzt hätte der Mitte geben können, damit du nochmal zwei Schüsse bekommst. So, was soll man dazu sagen? Ja, die Zahlung vor allem könnte man dazu. Und nach links, bitte. Ganz nach links, Lamm. Asi. Mein Gott, der werft Krauchen hier noch hier rum, ey. Dankeschön, ja. Schöne frische Püttis. Ausgebrühten. Oh, du brauchst noch einen dicken, Alter. Hast du einen Köter am Dampfen? Warum hast du einen großen Kaffee bestellt, Alter? Ja, du brauchst mir jetzt die ganze Schnauze wieder von Mackie hier. Ey, 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 ist das eine heiße Soße, du. Kaffee ist aber auch ein bisschen dünn, ey. Warum ist der Kaffee immer so dünn, ey? Ja, ist so. Klar, oder? Da kann ich mich direkt drei Stunden nach einem Pott... Da kann ich mich drei Stunden nach einem Pott setzen. Mit 15 Rollen Scheiß aus Papier. Wie ein Flotten, ne? Na klar. Ihr Moneymaker hat auch nicht mal Geld für eine vernünftige Hose. Total am Arsch. Das ist das sexy Lack, du sexy Bag. Komm, Junge, mach mal clean hier, du Sackratte. Jetzt auch rechts. Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Und? Legt mich doch am Hintern, Alter. Ich kann das Spiel jetzt gerade nicht mehr sehen, Leute. Jetzt müssen wir mal ein gut anderes spielen, ey. Vielleicht ein bisschen Geld drauf machen, um Maximum zu spielen. Aber Maximum ist sowieso ein Euro. Ist ja gar nichts. Wie? Es geht. So, Leute. Ich bin Kessel gerade rein hier. Gucken wir mal, was dir geht. Ich bin Kessel, was dir geht. Ich bin Kessel. Alter Schwede, was ist das denn für eine Scheiße? So Leute, wir werden jetzt eine Runde Roulette am Emotion angasen. Hoffentlich schaffen wir das. Dann kommen wir glaube ich rüber auf die Seite, wo wir auf 300 hochdrücken können. Aldo meine ich doch zumindest. Wäre ja auch mal schön zu sehen. Hier einer hat gesagt, ich zeige mir mal die Zahlen. Aber hier ist natürlich ein bisschen anders als bei den anderen Geräten. Hier läuft so ein Kessel. Wie eine bescheuerte. Sechs schwarz gerade. Einer hat gesagt, Manni, bitte drückt nur einmal. Da einmal gedrückt und schwanz zum Arsch bekommen. Ja Leute, ich schmeiße die schmutzgude Mann. Ich habe schon ein Symbol. Eigentlich wollte ich gar nicht filmen. Weil der macht die ganze Zeit schon Buchungspause. Er hat schon 300 Euro geflissen hier. Aber ich dachte mir, wo der jetzt verlängert hat, komm. Vielleicht macht er einen. Ich habe schon mal vier Könige. Ich habe schon mal vier Könige. Für den 16er. Mofia. Ja, sorry, ich habe keine Flesch für länger, da noch mal. Das Spiel ist geil, ey. Ja, ja. Keine Ahnung. Der Dreckspferd hat da reintun können. Schweinehund. Na ja, bisschen Spiegel. Gucken wir mal, wie wir jetzt weiterkommen. Und was kommt, Leute? Schaut euch dazu.